Jetzt hab ich dich endlich, wenn du doch nur deinen Körper annehmen würdest. Bevor ich daran gedacht habe, Künstler zu werden, wollte ich erst mal ein guter Handwerker sein. Könnte ich nur in aller Bescheidenheit diesen Weg mit Ihnen gehen? Ich weiß nicht, wie lange das schon geht mit deiner Clodelle. Ich versuche nicht zu gefallen. Ich will wahrhaftig sein. Sie haben den letzten Skandal des Jahrhunderts provoziert. Du hast schon wieder Papa gesagt, du sollst mich Madre oder Monsieur Audin nennen, wie deine Mutter und alle anderen auch, ist das klar? Nur in der Arbeit finden wir die Schönheit. Ohne Arbeit sind wir verloren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020